Ja, Mann! Oh mein Gott! Moritz, ich hab die Prinzessin im Shop! Boah, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Und es ist endlich soweit. Ich hab die Prinzessin, die allererste legendäre Karte, die es in diesem Spiel gab, endlich im Shop. Das ist so krass. Das heißt, ich kann sie jetzt auf das maximale Level und zwar Level 5 upgraden. Das ist so geil, das ist krass, Leute. Lasst 5 Likes dafür da. Nee, 10 Likes schaffen wir schon mindestens. Oh shit, Leute, das ist schon richtig krass, weil man mich von Anfang an verfolgt weiß, dass die Prinzessin meiner Meinung nach meine erste legendäre Karte war. Ich glaube, im Livestream aus einer Riesentruhe. Ja, du hast so gehattelt, auf die ich weiß noch, als die Legendaries das erste Mal rauskamen und alle so, oh mein Gott, und man hat sie nie bekommen. Und dann hat man seine erste Legendary gezogen und dann so, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Und jetzt vielleicht noch eine Legendary. What? Nein! Oh mein Gott! Ja, und jetzt ist es soweit, Leute. Ich hab die jetzt einfach schon fast auf Level 5. Das heißt, ich werde es jetzt das letzte Mal kaufen. Insgesamt haben wir dann, ich will es gar nicht wissen, warte mal, lass mich kurz rechnen, wie viele Karten das dann waren. 20, 30, ich glaube so 36 oder 37 Karten habe ich da von der Prinzessin alleine schon insgesamt bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie viel mir das gekostet hat insgesamt. Könnte man vielleicht ja ausrechnen, aber es ist auf jeden Fall mega, mega sick. Und in dieser Folge werden wir noch ein paar Upgrades machen. Ihr seht schon, ich habe 337.000 Gold. Ja, unter anderem auch vom letzten Chest-Opening. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne mal an. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir getten uns nochmal 200 Gratis-Gold. Und jetzt ist es soweit. Komm, ich kaufe sie jetzt einfach. Ich will es jetzt einfach machen. Wir machen gemeinsam die Prinzessin auf Level 5. 3, 2, 1, go. Ja, Mann. Es ist so shit. Es ist so shit, alles klar. Okay, und jetzt machen wir sie auf Level 5, Alter. Es ist so heftig. Wir werden die nun direkt auch mal live austesten. Logischerweise. Und noch den mit dem Eisgeist, den wir gestern gezogen haben, mit dem Eisgeist in Kombination ausgetestet. Was heißt Königsgeist, Digga? Hab ich nur gesagt, oder? Nee, Eisgeist. Okay. Let's go, Leute. Wir machen es jetzt. Prinzessin Level 5. Es ist ultimativ krass. Wenn wir auf diese Folge 3 Likes schaffen, wäre das ultra sick. Also gebt euch mühlen. Wenn wir 3 Likes schaffen, Leute, dann nehme ich meine Hand und schlage gegen die Wand. Ja, und kommentiert gerne mal, wer sich noch erinnern kann, wo ich damals die Prinzessin das erste Mal gezogen habe. Schreibt einfach mal dann in die Kommentare. Hashtag, ich kann mich erinnern. Okay, let's go. Wir machen es jetzt einfach. 100.000 Gold verbessern. Prinzessin auf Level 5. Oh, yeah. Ey, das ist so heftig. Max Level, Max Level. Flächenschaden. Junge. Plus 18 nochmal. Also eigentlich bringt es nicht so viel dazu. Die Trefferpunkte sind noch ein bisschen erhöht, aber es ist einfach so heftig. Das ist jetzt mal der zweite Legendary aufs maximale Level. Und danach... Arm on a new level. Arm on a new level. Ich werde von München angerufen. Hä, wir könnten das sein? Ich gehe mal da kurz ran. Danach fehlt nur noch der Funky und noch ein paar andere halt. Aber ich denke mal, der nächste wird halt der Funky sein. Da fehlen nur noch zwei Karten. Vielleicht habe ich den auch mal luckierweise im Shop. Aber das ist schon mal richtig nice. Wir machen jetzt auch einfach mal ein Deck mit den ganzen Legendaries, die gerade so irgendwie krass sind. Vor allem bei mir im Deck. Jetzt, wenn wir zum Beispiel noch einen Tunnelgräber dazu machen, haben wir schon mal zwei Max Legendaries. Also so sick auf jeden Fall. Hier haben wir auch den Königsgeist. Der Grafikpack ist immer noch da. Und ich würde sagen, wir bilden jetzt einfach mal so ein nices Decks. Und Hawk Raider Deck passt eigentlich eh ganz gut. Was vielleicht hier noch reinpassen würde, sind die Fledermäuse. Und eventuell den Eisgeist. Lol. Achso, und wir können noch ein paar Upgrades machen. Das darf ich nicht vergessen. Schauen wir einfach mal Karten, die ich irgendwie oft verwende. Der Frost zum Beispiel für ein Hawk Raider Deck ist schon mal nicht schlecht. Das bringt nochmal 0,3 Sekunden dazu. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal für 50.000 Gold. Let's go. Zack. Frost Level 7. Und ich glaube, den können wir direkt auf Level 8 upgraden. Ne, da fehlen leider noch ein paar Karten dafür. Aber darauf freue ich mich auch schon extrem. So, dann schauen wir noch ein paar Karten an. Vielleicht den anderen Decks, die ich irgendwie noch spiele, wo ich eventuell noch eine Karte upgraden könnte. Oh, soll ich... Ey, komm. Wir machen jetzt noch den Feuerball auf Level 11. Das ist der Feuerball auf dem maximalen Level. Heute wird so viel Gold wieder mal ausgegeben. Im Wert von, keine Ahnung, locker mal wieder fast 200 Euro. Aber gut. Leider werden wir in dieser Folge auch kein Level 13 erreichen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir haben jetzt schon mal den Feuerball gemaxed. Und ich würde sagen, den packe ich auch direkt in das Deck hier hinein. Dass wir noch irgendwie so Flächenschaden bzw. Direct Damage haben. Mache ich einfach mal statt dem Eisgeist. Okay. So, ich würde sagen, Silbertruhen, Chest Opening. Let's go. Und dann Spaß. Wir fighten jetzt einfach mal direkt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie krass die jetzt abgehen wird. Also ich glaube, so ein Kampfholtz auf Level 12 kann sie nicht down-getten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das werden wir vielleicht jetzt eh gleich mal sehen. Er schreibt schon mal viel Glück. Und Leute, Leute, Leute. Es tut mir leid, dass ich nur auf 4000 Pokalen bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel in letzter Zeit wirklich nicht viel gespielt. Eigentlich gar nicht. Und das meiste war eben nur in den Videos. Deshalb bin ich eben mit meinem Fast Max Account nur auf 4000 Pokalen. Da haben mich so viele Leute deswegen, ja ich weiß nicht, gemobbt. Schon fast. Ich habe auch schon fast geweint. Aber gut. Jetzt schauen wir mal. Die Prinzessin schießt schon mal und macht. Also ich merke es nicht zum krassen Unterschied. Aber sie macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage. Der Tornado von ihm war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und wir machen jetzt den ersten Hawk Rider Push. Er hat noch ein Elektromagier am Start. Und das iPad beginnt schon wieder so leicht zu laggen. Ich weiß nicht. Eventuell brauche ich einfach mal ein neues iPad. Ich habe keine Ahnung. Aber na gut. Ähm. Elektromagier sollte. Ne, geht nicht down. Königsgeist. Ledermäuse. Äh, es ist schon wieder so peinlich, dass ich hier den Fight fast verliere. Okay. Gut. Äh, der Königsgeist gettet hier erstmal den Knight down. Jetzt kommt hier die Prinzessin. Zack. Hier vielleicht noch ein Tunnelgräber dazu. Und dann sollten wir den ersten Tower eventuell auch schon down haben. So, die Prinzessin wird jetzt vom Baby Dragon. Digga. Als ob der drei Hits braucht. Er braucht drei Hits, um eine Prinzessin zu töten. Das ist einfach so overpowered. Und dieser Feuerball ist auch mega overpowered. Er macht jetzt auch richtig viel Damage. Hier kommt ein Feuerball. Zack. Bäm. Die Fledermäuse können jetzt noch getötet werden. Und ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus. Also er hat jetzt schon ein bisschen Damage gemacht. Aber ich führe auf jeden Fall noch, was Damage angeht. Wir können jetzt hier vielleicht noch einen Schweinereiter-Push machen, um den Tower jetzt endgültig mal down zu gerten. Es fehlt ihr nur noch einen Hit. Okay. Jetzt macht er diese. Mach nicht diese. Frost. Komm. Der eine Hit geht sich zum Glück noch aus. Ey. Sonst wäre der Frost mega der Fall gewesen. Aber gut. Hier kommen noch Fledermäuse und eventuell gleich ein Miner. Max Level Miner. Digga. Wir spielen hier fast nur mit Max Karten. Läuft auf jeden Fall bei mir. Hier noch ein Tunnelgräber. Perfekt. Hier der Eismagie. Und jetzt. Ja. Das wird ein bisschen schwierig. Der Friedhof gettet auf jeden Fall fast mein Tower hier unten links. Und ja. Der Feuerball macht es dann. Leider. Leider. Erste Tower ist down. Aber ich glaube, wir haben einen kleinen Elixier-Vorteil. Den werde ich jetzt gleich mal ausnutzen. Und direkt den nächsten Push machen. Hier noch die Prinzessin. Level 5. Ey. Das ist so sick. Einfach nur. Komm. Hier noch ein Feuerball dazu. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Dass der Bowler und der Elektromagier noch down gehen. Perfekt. Und ja. Jetzt überlebt halt wieder noch der Knight. Aber wir haben ein bisschen Damage gemacht. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wir können hier vielleicht noch einen Königsgeister zusetzen. Und gleich noch irgendwie einen Tunnelgräber und einen Schweinereiter. Keine Ahnung. Mal schauen. Let's go. Machen wir jetzt einfach mal. Let's go. Alter. Hab ich mich erschrocken. Fireball kommt jetzt hier auch noch dazu. Komm schon. Komm schon. Und. Aber okay. Okay. 1394 AP hat der Tower noch. Woritz. Glaubst du, gewinne ich das? Oder bin ich ein Noob? Ja. Ich muss schon gut sein. Ich hab mir einen Baseballschläger bestellt. Der ist gerade gekommen. Alles klar. Warum bestellst du den Baseballschläger? Der sieht cool aus. Nein. Ich verliere. Okay. 1400 AP hat mein Tower jetzt nur noch. Wir müssen jetzt irgendwie auf jeden... Digga, was machst du? Ich pack den aus. Okay. Nächster Push. Moritz pack den Baseballschläger aus. Keine Ahnung. Schick mir mal ein Bild. Dann blende ich das ein. Okay. Warte. Ja. Ist eingeblendet. Und. Ja. Moritz ist auf jeden Fall krass. Nicht. 700 AP noch. Digga. Meine Prinzessin geht auf jeden Fall ordentlich ab. Die hat vorher noch drei Hits von Baby Dragon überlebt. Und jetzt hat er hier ernsthaft ein Gift sauber. Oder nee. Hä? Drei Hits? Ach du Kacke, Junge. Ist die krass. Ja, die ist richtig heftig. Also im dritten war die erst tot so. Zack. Jetzt kommt hier noch ein Schweinerad. Das Digga. 100 AP. Der braucht nur noch einen Feuerball. Das ist gerade so riskant. Aber wenn ich das jetzt echt gewinne, bin ich der größte Getter in dem Game. Komm schon. Oh. Niemals, Digga. Der Feuerball war schon am Fliegen. Ja. Gerade noch so gewonnen. Das Deck ist jetzt halt irgendwie so ein Low-Deck, was ich gerade selber gefunden habe. Nice. Aber es ist ganz okay. So. Ich meine, ich habe den Feuerball jetzt auch schon gemerkt. Jetzt habe ich eigentlich gar kein Gold mehr, um irgendwas zu abzugraden. Hier die Fledermarses sind zu teuer. Sonst geht sich auch nichts aus. Wir machen jetzt noch einen Fight. Dass wir die Königstruhe noch voll bekommen. Die Königstruhe. Die Krone-Truhe. Lol. Okay, da kommt schon wieder ein Knight vom Gegner. Das spielt vermutlich ein ähnliches Deck. Natürlich hier Koboldfass am Start. Feuerball war auf jeden Fall nicht so schlecht. Der Knight macht jetzt halt ein paar Hits. Das ist ärgerlich. Aber ich würde sagen, wir machen dann direkt den Gegen-Push mit dem Schweinereiter. Und den Miner. Und eventuell noch den Freeze. Je nachdem, was er für Truppen noch dazu setzt. Oh, lol. Er hat einen Tesla. Ich habe fast den Freeze gerade gefällt. Aber er hatte zum Glück zu wenig elixiert. Zack, hier ein Freeze. Äh. War das mies. Lol. Hat sich auch noch gereimt. Das ist so heftig. Okay, was machen wir jetzt hier? Zack, hier würde ich auf jeden Fall mal den Königsgeist setzen. Der war gar nicht so schlecht. Jetzt hat er hier ernsthaft zwei Prinzessinnen. Alles klar. Okay, ich würde sagen, darum kümmert sich erstmal der Eismagier. Und links der Königsgeist. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Dann, ja, nee. Ich pushe jetzt lieber nicht. Ich spare lieber Elixier. Er hat gerade den Tesla gesetzt. Der ist es natürlich ein bisschen... Oh mein Gott, Digga. Was war das für ein Move? Der Königsgeist hat sich einfach um den Tesla rumgesneakt, weil der noch nicht mehr zu sehen war. Nicht schlecht. Oh, er pusht wieder mit einem Koboldfass. Feuerball kommt hier. Perfekt. Ey, das gibt es doch nicht. Jetzt hat er hier. Der Tesla wird noch einen Hit auf meinen Schweinerretter machen. Und das war es dann auch schon. Der Schweinerretter wird... Nee, das ist noch lange. Ganz, ganz mies. Okay, aber egal. Tunnelgräber kommt hier. Ich denke mal, dass der King's Tower... Oh mein Gott. In der Range ist, den Tunnelgräber zu hitten. Ja. Super. Super! Der kommt schon wieder mit seinem Koboldfass. Das Koboldfass ist so nervig. Aber gut, was sollen wir machen? Sepp war auch nicht schlecht. Nee, der besiegt mich nicht. Egal. Ich mit meinem Pro-Deck hier. Ich werde das schon schaffen. Zack, hier kommt jetzt einfach mal der Freeze. Ich probiere es einfach mal. Oh, yes. Meiner. Hier noch ein Tunnelgräber. Easy gewonnen, Junge. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich habe es noch gar nicht gewonnen. Aber es wird, glaube ich mal, nicht so viel sein. Ein Feuerball noch und dann... Ja, noch ein Hit. Nee, geht es leider nicht mehr aus? Junge, so intens ist es jetzt auch nicht. So, Fledermäuse. Unser Tower geht auf jeden Fall down. Da kann ich nichts machen. Aber... Ja, nee, geht nicht down. Wir können eventuell, wenn die Prinzessin... Meiner, du hast nur noch 15 Sekunden. Ja, stimmt. Feuerball habe ich auch noch. Wenn der Meiner zwei Hits rausholt, dann reicht das schon. Und hier kommt jetzt der Königsgeist. Nein, nein. Ich habe nicht daran gedacht, du... Nein, du hast den Eisgeist holen. Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe so... Nein, ich dachte so, der Neid hittet dann ja den Eis... Ah, den Königsgeist. Aber nee. Ich glaube, er ist unsichtig. Ja, das war unsichtig. Alles klar, das war so dumm wieder mal. Egal, wir machen jetzt einen ultimativen Mega-Push. Alter, was war das für ein Tornado? Nicht schlecht. Der war krass. Nee, der Freeze springt gar nicht. Ah, vielleicht jetzt. Okay. Okay, das war schlimm. Es springt gar nicht. Ja, ich weiß. Okay, hier kommt ein Prinzessin. Oh, nice. Die Prinzessin von ihm geht auch gleich direkt down. Hier kommt noch ein Tunnelgräber. Easy, Digga. Und jetzt ein Schweinerette. Alter, die Prinzessin. Level 5 ist echt overpowered. Muss ich schon ehrlich sagen. Jetzt vielleicht ein Freeze. Ja, gewonnen. Nice. Digga, wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Komm schon. Nein, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Nein. Was ist das? Königsgeist? Tunnelgräber? Weiter. Nee, das war's. Das war's. Es geht sich nicht aus. Unentschieden. Unentschieden. Alter. Du hättest so gewonnen, Digga. Okay, Leute. Leider, leider nur ein Unentschieden. Aber wir haben die Prinzessin jetzt auf dem maximalen Level. Und das ist schon richtig, richtig nice. Also lasst dafür gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir öffnen jetzt noch die Kronentruhe zum Abschluss. Ziehen hier jetzt nochmal easy eine legendäre Karte oder auch ein Licht. Aber, na gut, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis dann. Bis zum nächsten Mal.